Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie ganz einfach ein Tarpit in einem LXC-Container erstellen können. Unser Tarpit werden wir dann im zweiten Schritt nochmal verfeinern, darum sind wir gebeten worden im Twitch-Chat, ich glaube das war letzten Freitag, dass wir das Ganze also so hinbiegen, dass es automatisch beim Start des Containers mitgestartet wird, damit man sich da im Grunde nicht mehr drum kümmern muss. Und am Ende werfen wir dann noch einen Blick auf die Tarpit-Logdaten aus dem letzten Video, also nicht aus dem letzten Video, sondern das Tarpit dort läuft jetzt seit ungefähr 80 Tagen und ja, insoweit schauen wir uns die Logdatei dann an. So, zu Proxmox, Linux-Containern und auch Tarpit haben wir alles schon grundsätzlich in anderen Videos abgearbeitet. Da einfach nachschauen, wenn jetzt hier etwas zu schnell geht und Sie etwas nicht verstehen. Kommen wir damit direkt auch zu einer der Fragen aus dem anderen Video. Ist es nicht ein bisschen Overkill, hier immer für alles einen eigenen Container zu erstellen? Ja und nein, kommt darauf an, wie man sieht, bezüglich der Daten. Ja, für das Tarpit musste ich jetzt ungefähr 400 Megabyte extra auf der Festplatte belegen. 400 Megabyte sind heute allerdings nicht mehr viel, insoweit interessiert keinen. Von der Administration her ist das hier auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil. Ich kann das hier machen, wenn ich fertig bin, kann ich den Container schlafen legen oder wieder löschen. Jetzt mal ein passenderes Beispiel hier. Ich habe hier meinen SQL-Server auf die Schnelle gebraucht. Ja, ich hätte den jetzt hier auch in meiner VM installieren können, aber hätte ich ihn danach wieder deinstallieren müssen und 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 und. Genau dasselbe kennen wir ja auch von Windows. Es wird bei einer Deinstallation nicht unbedingt alles deinstalliert. Kennen wir ja von Windows. Zum Beispiel jetzt hier in meinem Tarpit. Das ist bisher nur der Standard Ubuntu-Container, den ich hier als Basis genommen habe. Und den Befehl schicke ich mal direkt mit. Wir müssen noch ein Paket installieren mit apt install python 3 pip. So, schicken wir das Ganze ab. Wir sehen schon, nur durch dieses Paket wird hier noch jede Menge anderer Kram installiert. In diesem Fall 50 Megabyte oder ist das mehr? Ich glaube, er hat sich gerade 50 Megabyte geholt. Das ist dem... Ich denke mir mal, die Dateien sind eventuell mehr. So, der Punkt ist halt nur, wenn ich das Tarpit-Skript mal später entferne, entferne ich die Dateien allerdings nicht. Ich kann mir natürlich richtig Mühe geben und die auch hinten deinstallieren, aber gut, das macht dann keiner. Da ist das hier schon wesentlich einfacher. So, ist der Teil auch installiert, haben wir hier die Zeile, die wir noch brauchen. Pierre ich mir die hier, füge die ein, abschicken, zack, fertig. Kurz noch der Punkt Sicherheit angesprochen. Der Container hier ist eigentlich auf ein Minimum reduziert. Ich glaube, 5 oder 6 Gigabyte Festplatte, 1 Gigabyte RAM und nur ein Kern. Das Ding wird hier nicht groß arbeiten. Ganz ähnlich wie ein Piehole. Da passiert nicht viel. Die Logdaten aus den ersten 80 Tagen, das war im Grunde ungefähr 30 Megabyte, also auch jetzt nicht so viel. Da ist also nicht viel zu erwarten, dass da irgendwann mal die 5 Gigabyte oder 6 Gigabyte volllaufen. Wichtiger ist ein anderer Punkt. Und zwar normalerweise die Container hier, wie in den anderen Videos auch gezeigt, die operieren in der Regel nur im LAN und deswegen ist da das Passwort relativ einfach gehalten. Eher darauf ausgerichtet, dass man sich das merken kann. Hier jetzt natürlich ein ganz anderer Fall. Der Container wird streng genommen ins Internet gestellt, wenn auch nur der einzelne Port, ist schon klar. Aber deswegen funktioniert das natürlich da nicht, jetzt eventuell mit einem Root-Passwort 1234546 oder ähnliches. Deswegen hat der Container von mir also natürlich ein richtig gutes Root-Passwort bekommen, das eben nicht so leicht rausgefunden werden kann. Und für den Fall der Fälle, dass mal was schief geht, ich werde jetzt hier absichtlich noch einen Benutzer erstellen. Unter dem wird das Skript laufen. Das heißt, wenn das Skript einen Fehler hat oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert und der Angreifer schafft es auf den Rechner, dann ist er dort in dem Benutzer-Account gefangen und kann dort dann nicht raus. Er ist also nicht in der Lage zum Beispiel sich Root-Rechte zu verschaffen, was er durchaus wäre, wenn ich eben nicht den einzelnen Benutzer erstellt hätte. Und dadurch, dass da ein ordentliches Passwort ist, kriegt er auch keine Root-Rechte. Insoweit also da auf jeden Fall aufpassen, da nicht, wie in anderen Videos gezeigt, Passwort 123456 und dann glauben, es wäre alles gut. Also die Software ist installiert. Ich habe gerade schon gesagt, User-Add. Ich erstelle mir einen neuen Benutzer mit eigenem Verzeichnis. Ich nenne den Benutzer einfach Pi. Sie können den nennen, wie Sie wollen. Und Pass-WD für den Nutzer Pi. Ja, für den Nutzer Pi das Passwort eingeben. Nochmal. Okay, Passwort wurde akzeptiert. Kümmern wir uns als nächstes darum, das TAR-PIT zu starten. Und zwar direkt über den Cron-Tab, wenn eben der Rechner startet. Das bedeutet, ich bin hier immer noch als Benutzer Root unterwegs. Ich werde hier Cron-Tab-E eingeben. Das ist das erste Mal, dass ich das aufrufe. Deswegen werde ich gefragt, mit welchem Editor wollen wir das bearbeiten. Standardmäßig die 1, Nano. Ist völlig okay. Wird also einfach Enter gedrückt. Dann fahren wir da unten hin. So. Hier in eine neue leere Zeile. Da tippe ich einfach ein Add Reboot. Also, das bedeutet, nach jedem Boot-Vorgang des Containers wird automatisch diese Befehlszeile ausgeführt. Das heißt, unser TAR-PIT wird gestartet. So. Danach machen wir weiter mit SU-PY. Denn dieser Cron-Tab-Befehl, der wird ja als Benutzer Root ausgeführt. Und wenn ich den Befehl jetzt sofort da reinschreibe, dann wird der eben auch als Benutzer Root ausgeführt. Und das können wir natürlich nicht brauchen. Weswegen ich hier sage, der nächste Befehl, auch wenn der Benutzer Root den Befehl ausführt, er soll ihn ausführen als Benutzer-PY. S-U-PY. Das heißt, wenn Sie eben Ihrem Account zum Beispiel einen anderen Namen vergeben haben, dann natürlich dort den anderen Namen einschreiben. Und dann als Command. Und dann Minus C für den Befehl. Dann Anführungsstriche oben. Und dann No Hub. Und dann SSH Minus TAR-PIT. Das ist jetzt der eigentliche Befehl. Und jetzt hier die Adresse A192.168.111. Ich glaube, die Maschine hatte 119. Ansonsten, ich werde das gleich noch prüfen und dann eventuell hier abändern. Aber hier eben die richtige IP. Dann mit Minus Port den Port angeben. Standardport ist hier 22. Den Teil überspring ich. Haben wir in einem anderen Video zum TAR-PIT gezeigt. Denn hier muss natürlich am Ende die Umleitung gelegt werden. Vom Router auf die IP. Und auf den Port. Interface ist IPv4. Und jetzt am Ende F für File. Also die Log-Datei. Und die wird natürlich jetzt hier Home. Und dann der Benutzer, den wir eben erstellt haben. Eben in meinem Fall HomePi. Wenn Sie einen anderen Benutzer erstellt haben und den hier eingetragen haben, tragen Sie den natürlich auch hier ein. Also im Verzeichnis HomePi. Und da wird dann TAR-PIT.Log angelegt. Dahinter setzen wir noch ein Leerzeichen mit einem Und. Mit einem Kaufmanns-Und. Und dann Anführungsstriche oben wieder. Und die Zeile abschließen. Und dann machen wir mit STRG-O, STRG-Enter. Nein, nur Enter. Das Ganze abspeichern. Die Befehle alle auch über die Beschreibung nochmal verlinkt. Insoweit da einfach Copy und Paste dann einfügen. Mit STRG-X kommen wir hier raus. So, ich prüfe jetzt nochmal die IP. Zuschauer hatten gesagt, das geht inzwischen auch mit IP Leerzeichen A. Ja gut, ich habe offenbar eine andere. Ich habe eine 66er IP. Gut, ist aber nicht tragisch. Also gehe ich da wieder rein mit CONTAP E. Und ändere das hier kurz ab in die 66. STRG-O, Enter, STRG-X da wieder raus. So, wir sind fertig. Das bedeutet. Reboot eingegeben. Startet der Rechner neu. Beziehungsweise der Container. Und wenn alles klappt. Dann sollte danach auch automatisch unser TARPIT starten. Bevor wir jetzt da weitermachen, kommen wir zu unserem kleinen Exkurs. Ich habe mir jetzt hier mal die Logdaten von dem anderen TARPIT hier im Netzwerk geholt. Und hier auf den Rechner gelegt. Und ich habe die Datei auch schon minimal bearbeitet. Die Datei ebenfalls über die Beschreibung verlinkt. Für all diejenigen, die an sowas Interesse haben, können sich die Datei runterladen und ihre eigenen Analysen anstellen. Also hier, dritter, dritter. Da ist das Ganze losgegangen. Ich habe einige ungültige Einträge, die das alte TARPIT, derzeit sind wir bei der Version 04, die hat ein paar Updates bekommen, die Version. Oder das TARPIT. Und der macht jetzt diese Fehler zum Beispiel nicht mehr. Aber gut, das sind die Daten. Da sehen wir eben hier zum Beispiel für jeden entsprechenden Zugriff oder Abbruch eine eigene Zeile. Relativ logisch das Ganze. Das heißt, hier DIP um die Zeit hat eben erst zugegriffen. Und dann, in dem Fall relativ einfach zu sehen, 49, 59. Zehn Sekunden später hat er dann abgebrochen. Denn mein TARPIT hat nicht abgebrochen. Ich lasse keinen mehr raus, der einmal in meiner Teergrube steckt. Das muss dann der Angreifer schon selber machen. Ist natürlich dort Skript gesteuert. Also der Angreifer wird seinem Bot, der mich angreift, sagen, hör mal nach 10 Sekunden oder 10 Minuten oder was weiß ich wann. Da brichst du einfach ab. Und das hat er jetzt in dem Fall hier nach 10 Minuten gemacht. Insoweit, wir könnten jetzt hier mal versuchen zu ermitteln, wie viele Zeilen sind denn hier drin. Dazu mal eben die Eingabeaufforderung geöffnet und WC-L und TARPIT, ja doch, TARPIT, CSV. So, dann sehen wir, in der Summe haben wir in 80 Tagen oder 81 Tagen, so genau weiß ich das jetzt nicht, 411.000 Zugriffe gehabt, wie Sie hier sehen. Das ist natürlich connected und disconnected. Wir können davon ausgehen, dass im Grunde jede Verbindung auch irgendwann mal beendet wurde. Insoweit, ja, die 411.000 sind nicht Angriffe, sondern ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir sollten das Ganze jetzt mal auflisten nach nur connected. Das geht hier mit grep, minus W, minus C, connected. Und dann TARPIT, CSV. Also ich suche jetzt nach allen Zeilen, die ein connected drin haben. Schicken wir ab. 206.000. Kommt auch ungefähr hin, ist ungefähr die Hälfte. Zur Kontrolle, disconnected. Ja, eben für die anderen Zeilen. Das müssten jetzt ungefähr die gleichen sein. Oder rein. Also, 205, 735. Wesentlich weniger, als wenn in dem Moment, als ich die Datei von dem TARPIT runtergeladen habe, als wenn da derzeit, was sind das hier, 270, 320 Verbindungen bestanden haben. Weil ich habe 320 mal mehr ein connected, als ein disconnected. Ja, scheinbar steckt da gerade in dem Moment halt die Anzahl von Benutzern in meinem TARPIT. So, wenn ich das jetzt hier zusammenrechne, haben wir hier einen Taschenrechner. Nur um die Kontrolle durchzuführen. Zubehör. Taschenrechner. So, wie schaut es hier aus? Also, 206.054 plus 205.735. Wo komme ich da hin? Okay. Da sind noch ein paar Zeilen. Die sind weder connected noch disconnected. Die hat er nicht mitgezählt. Okay. Reicht uns aber. Im Grunde scheint das so zu stimmen. Wäre jetzt nur schlecht, wenn es halt wesentlich mehr wären in der Summe als im Gesamten. Im nächsten Schritt habe ich dann mal die entsprechenden Daten mir noch ein bisschen genauer angeschaut. Das stellen wir jetzt hier allerdings nicht nach. Das wird hier einfach nur erklärt. Also, es gibt IPs, die öfters angreifen. Relativ logisch. Wenn ich also jetzt die entsprechenden Daten nur nach verschiedenen Angreifer-IPs auflisten lasse, dann habe ich nicht mehr ungefähr 206.000, sondern dann habe ich nur noch 2.682. Das heißt, verschiedene IPs, also dieselben 2.682 IPs, greifen im Grunde immer wieder an. Jedenfalls laut den Daten. Und wenn ich nun jetzt noch weitere Filter durchführe, indem ich zum Beispiel sage, nimm mal all die raus, die mich weniger als einmal angegriffen haben pro Tag. Wenn ich die rausnehme aus den 2.682, dann bleiben da nur noch 406 übrig, also 15%. Also 15% der IPs, die mich angreifen, greifen mich wirklich an. Die anderen, naja, ich sag mal, ein Zugriff pro Tag, wenn auch immer, ich sag mal, über 80 Tage von derselben IP. Da würde ich jetzt mal sagen, da ist kein Profi am Werk, da hat wahrscheinlich nur einer daneben geschossen oder wusste nicht, wen er sonst angreifen sollte und so weiter und so fort. Also, deswegen, 15% dieser Angreifer machen 92% aller Angriffe aus. Das heißt, die 8%, die da nicht drin sind, das sind die verstreuten Einzeltäter, die können wir ignorieren. Und wenn ich jetzt nur noch die 92% betrachte, dann sind das auch jetzt nicht mehr 206.000, dann sind das nur noch 188.000. Also, wir gehen davon aus, 188.000 Angriffe sind die Angriffe, die wirklich zählen. Eben in dem Fall mehr als ein Angriff pro Tag, über 80 Tage. Natürlich, rein theoretisch oder statistisch, ein Tag und 80 Angriffe wäre dasselbe Ergebnis. Also habe ich die Geschichte bezüglich der Filter immer weiter nach oben gedreht und habe dann mal gesagt, So, und wer hat mich jetzt hier mehr als 1000 Mal angegriffen in den 80 Tagen? Und das Ganze wird dann natürlich immer weniger und es bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, bis auf eben, naja gut, die Zahlen, die habe ich mir jetzt mal hier vorgeknöpft. Da haben wir zum Beispiel aus diesem IP-Bereich, aus diesem Netzwerk, in der Summe, wo habe ich die Zahl, 90.000 Angriffe in 80 Tagen. Also, wir hatten jetzt nur noch 188.000, das waren die, die mehr als einmal pro Tag geschossen haben. Und von diesen 188.000 kommt jeder zweite Angriff, 90.000, grob gerundet, klar, von diesem Netzwerk. Und da sehen wir dann recht schön, deswegen rede ich auch nicht mehr von einem Rechner, sondern von dem ganzen Netzwerk. Es verteilt sich hier, die 19, die ist besonders aktiv mit 36.000 und so weiter und so fort. Also, da sind jede Menge. So, und der zweite Angreifer, also der, der den Platz 2 belegt hat, also 10 Points, für dieses Netzwerk, 218, 92, 0 und dann eben 90, 91, 95, dem gehören wahrscheinlich noch mehr, aber die anderen wollten halt nicht oder hatten frei, kommt in der Summe am Ende dann immer noch auf ungefähr 11.600 Angriffe in, ja, 80 Tagen und deswegen halt eine Menge Angriffe. Und die Bronzemedaille in dem ganzen Spiel gewinnt dann er hier mit der IP. Das ist eine einzelne IP, 3418 Zugriffe, also das scheint mir jetzt nicht unbedingt ein Netzwerk zu sein, beziehungsweise die anderen Rechner, die haben nur einfach mich nicht angegriffen, sondern andere. So, jetzt kann man sich natürlich relativ leicht raussuchen, hör mal, wem gehören denn die IPs? Und da beginnen wir natürlich, Ehre, wem Ehre gebührt, who is? Und dann die IP 61, 177.173.15. Ich nehme jetzt einfach mal die mittlere, einfach mal die hier, weil die anderen habe ich ja dann auch. So, und wen hätten wir da hier? China, Jiangsu, Provinz, Netzwerk. Okay, wunderbar. Who is? So, die zweite IP. Das war die 218.92.0. Nehmen wir die 191, da auch in der Mitte. Ja, Chinanet, Jiangsu, Provinz, Network. Genau, derselbe Player. Und Nummer 3. Da war die IP. Who is? 49.88.112.71. Da hatte ich ja, okay, da ist die 2 verrutscht. 112.71. Abschicken, Chinanet, Jiangsu, Provinz, Network. Damit kommen wir dann direkt zu einem anderen Kommentar unter dem ersten Tapit-Video, wo der entsprechende Kommentator meinte von wegen, die Angreifer, die passen ihr Verhalten an, die merken, dass das würde alles gar nichts bringen. Äh, nein, natürlich nicht. Das merken die nicht mal. Die haben Dutzende, wenn nicht hunderte Rechner, die die Angriffe fahren. Was die suchen, ist klar. So wie mein Tapit mitschreibt, wer hier vorbeikommt, so schreibt deren Angreiferskript auf, wenn er denn mal irgendwo durchkommt. Das heißt, wenn da zum Beispiel mal ein Rechner ist, der sagt, ja, authentifizier dich mit root. Und dann der Angreifer versucht, okay, wie schaut's aus mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wird das Skript wahrscheinlich sagen, nein, das passt nicht, das Passwort. Und dann wie schaut's aus mit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn er dann sagt, ja, okay, und das schreibt er sich auf. Der schreibt sich aber nicht auf, dass er irgendwo stundenlang oder minutenlang oder auch nur sekundenlang kleben geblieben ist. Insofern, das merken die nicht mal. Eben, weil bei denen keine Menschen am anderen Ende sitzen. Das läuft bei denen alles automatisch. Oder glaubt da draußen wirklich jemand, dass 90.000 Angriffe in 80 Tagen ein Zeichen von Intelligenz darstellen? Nein, da rennt einer dauernd vor die Wand und ist zu blöd, das zu schnallen. Kommen wir also langsam zum Ende. Heißt das jetzt, dass der schöne Sprecher den ganzen Tag angegriffen wird von den Chinesen? Nun, streng genommen kann das natürlich keiner sagen. Der Rechner, der hier drauf zugreift, der steht in China. Das kann man definitiv sagen. Aber ob der Rechner dann wirklich zugreift bzw. angreift oder ob das eventuell ein Windows-7-Rechner ist, nicht ordentlich gepatcht und deswegen von einem anderen Rechner quasi ferngesteuert wird, das kann natürlich keiner sagen. Insoweit, man kann abschließend nicht sagen, dass die Angriffe aus China kommen. Ich würde es allerdings als sehr wahrscheinlich bezeichnen. Es ist eine andere Frage, ob das jetzt irgendein Unternehmen ist, das eben, ich sag mal, Bot-Rechner weltweit verkauft oder ob das da der Staat ist, das sind all solche Geschichten. Das wäre dann reine Spekulation. Damit wären wir also am Ende angekommen. Wir werden das Thema irgendwann, vielleicht in 80 Tagen, nochmal neu aufgreifen und dann nochmal nachschauen, wie sich die Zahlen entsprechend entwickelt haben. Wie gesagt, die Logdaten ebenfalls alle zum Download über die Beschreibung verlinkt. Wer da Interesse hat, der kann da ja noch weitergraben. Zum Beispiel, wie lang die längste Verbindung war und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Also, wir sind fertig. Unser Tarpet läuft hier. Insoweit, ich schalte mal auf einen anderen Rechner und schaue denn mal, ob ich kleben bleibe, indem ich hier jetzt mal mit SSH root at 192.168.111.66 auf den Port 2222 schalte und wenn ich jetzt hier keine Antwort bekomme, dann klebe ich da im Tarpet drin. Und wie wir sehen, ich bekomme keine Antwort. Also, funktioniert wunderbar. Ja, jetzt hier nochmal angemeldet mit root, Passwort, cdhome, pi, ls, la und hier ist meine Tarpet-Datei 437. Die schreibt also mit. Funktioniert also ganz wunderbar. Okay.